Ich will frei lizenzieren. Ich will eine Creative Commons Lizenz verwenden. Was mache ich denn nun? Die erste Frage, die sich stellt, welche Lizenz überhaupt? Es gibt zum einen verschiedene Versionen der CC-Lizenzen, zum anderen unterschiedliche Bedingungen, die bei der Lizenzierung an die Nutzung gestellt werden können. Die ersten CC-Lizenzen wurden 2002 veröffentlicht. Seitdem hat sich das Recht weiterentwickelt und die Lizenzen wurden dieser Entwicklung auch angepasst und immer weiter verbessert. Es ist ratsam, die aktuelle Version, die CC-Lizenz Variante 4.0 zu nutzen. Außerdem gibt es sechs verschiedene Varianten für CC-Lizenzen. Für OER geeignet sind jedoch nur die Varianten CC BY, CC BY SA und das Freigeben von Inhalten mit der Freigabeerklärung CC Zero. CC Zero stellt Inhalte so, als wären sie schon gemeinfrei und das ermöglicht natürlich ganz vielfältige Nutzungsfreiheiten. Es gibt aber oft wirklich auch berechtigte Interessen, dass Urheber genannt werden wollen und dass diese Nennung auch eine verbindliche Lizenzbedingung ist. Das gewährleistet CC BY und außer dieser Einschränkung, dass der Urheber genannt werden muss, gibt es auch keine weiteren Einschränkungen. CC BY SA dagegen hat die Bedingung, dass Bearbeitungen dieser Inhalte auch wieder unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden müssen. Das soll eine Rückaneignung von freien Inhalten verhindern und Urhebern, die die freie Verfügbarkeit als Prinzip so wichtig ist, die können diese Lizenzvariante nutzen. CC BY NC, also das Verbot Bearbeitungen zu veröffentlichen, gelten indes als nicht vereinbar mit den Prinzipien von Open Educational Resources. Wie jede Lizenz kann eine CC-Lizenz nur vergeben, wer selbst Urheber ist oder die urheberrechtlichen Nutzungsrechte und auch eine Befugnis zur Unterlizenzierung hat. Eine Lehrerin zum Beispiel, die selbst einen Informationstext zu Goethes Faust in ihrer Freizeit geschrieben hat, darf diesen unter einer CC-Lizenz stehen. Etwas komplizierter wird es, wenn diese Lehrerin dies im Rahmen ihrer Dienstpflicht für die Schule gemacht hat, dann sind möglicherweise urheberrechtliche Nutzungsrechte im Rahmen des Arbeitsvertrages auf die Schule oder den Schulträger übergegangen. Daher empfiehlt es sich, dass die Schule oder der Schulträger auf der einen Seite und Lehrerinnen und Lehrer auf der anderen Seite sich darüber verständigen, wie die Lizenzierung erfolgen soll. Am besten im Rahmen einer OER-Policy. Sind sich alle Beteiligten darüber einig, dass CC-Lizenzen vergeben werden sollen, dann steht dem auch nichts im Wege. Die CC-Lizenzierung bezieht sich jeweils auf das konkrete Werk. Das ist wichtig, wenn in einem Werk ein anderes integriert werden soll. Zum Beispiel in einem Text über Architektur soll ein Foto genutzt werden, um den Inhalt in diesem Text zu verdeutlichen. Wenn dieses Foto von einem anderen Urheber ist und auch urheberrechtlich geschützt, dann ist das möglicherweise zulässig, dieses Foto zu nutzen als ein Zitat. Aber es muss gesondert ausgewiesen werden, weil sich eben die CC-Lizenz nicht auf dieses Zitat bezieht und bei einem Zitat der Rechteinhaber gesondert genannt werden muss. Es ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, wenn es Fremdinhalte gibt, auf die sich die CC-Lizenz nicht bezieht. Für die Vergabe von CC-Lizenzen gibt es viele Hilfsmittel, auch online, zum Beispiel den CC-Chooser. Da müssen Sie nur angeben, wie sie genannt werden sollen, was es für ein Werk ist und gegebenenfalls auch, wo es zu finden ist. Und dann wird der Lizenzhinweis ausgegeben. Den müssen Sie anbringen in dem Medium angemessenen Art und Weise. Das ist ganz unterschiedlich. Beim Buch oder beim Text werden Sie das am Text anbringen. Bei einem Film werden Sie den Film nicht stoppen, um einen Lizenzhinweis anzubringen, sondern da kommt das in den Abspann ans Ende. Und bei einem Bild, am besten direkt ans Bild. Wenn Sie in einem Buch mehrere Bilder haben, dann können Sie auch am Ende des Buches eine Bildlegende haben mit den Lizenzhinweisen. Dabei ist es sinnvoll, dass die Namensnennung so einfach wie möglich ist, da bei sehr komplizierten Namen eben auch Fehler passieren können. Die CC-Lizenzen sind entwickelt worden, um eben jedem und auch jedem ohne juristische Vorkenntnisse eine leichte Lizenzierung zu ermöglichen. CC-Lizenzen zu vergeben ist einfach. Machen Sie es einfach. CC-Lizenzen zu vergeben.